Grüß Gott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zum Thema Rückenlage, Bauchlage. Bei der U4, das ist das Alter von etwa drei Monaten, ist die Rückenlage, Bauchlage ein sehr wichtiges Thema, welches ich anspreche, weil wenn ein Kind zur nächsten Untersuchung kommt, das ist dann die U5, sollte es in seiner motorischen Entwicklung fortgeschritten sein. Die Rückenlage ist die Hauptlage eines Babys, unter anderem auch deshalb, weil wir wissen, dass die Rückenlage die gesündere Lage ist und zwar im Hinblick auf den plötzlichen Kindstod. Der plötzliche Kindstod ist ein Tod, der einfach so auftritt, ohne dass wir bis heute wissen, warum dies passiert ist. Aber wir haben festgestellt durch statistische Auswertungen, dass die Bauchlage die gefährlichere Lage ist. Die Bauchlage im Schlaf. Darum geht es. Deshalb ist die Rückenlage die empfohlene Lage für den Schlaf. Tatsächlich ist die Zahl der durch den plötzlichen Kindstod ums Leben gekommenen Babys deutlich zurückgegangen, seit auf der ganzen Welt die Babys auf dem Rücken liegen. Und dennoch ist die Bauchlage eine wichtige Lage, um zum Beispiel die Muskulatur des Rückens und des Nackens zu fördern und zu aktivieren und das Kind dazu zu bringen, wenn es dann sitzen und stehen soll, die Wirbelsäule aufrecht halten zu können. Wir brauchen also in unserer Entwicklung vom Baby zum Kleinkind unbedingt auch die Bauchlage. Also, wenn das Kind wach ist, sollte es möglichst viel auf dem Bauch liegen. Und bei der U4 ist das so quasi meine Hausaufgabe an die Eltern. Und da gibt es jetzt einen Handgriff, den ich Ihnen mit diesem Video zeigen möchte, mit dem es dem Kind leichter fällt, von der Rückenlage auf die Bauchlage und aber auch wieder zurück von der Bauchlage auf die Rückenlage zu kommen. Ich zeige Ihnen das hier mit meinem Medizinbären. Der liegt also jetzt auf dem Rücken und ich möchte gerne, dass er lernt, sich auf den Bauch zu legen. Instinktiv greifen wir, um unsere Kinder zu unterstützen, in einem solchen Fall an die Schultern und unterstützen die Drehbewegung an den Schultern. Wenn wir das machen, lernt das Baby die Bewegung nicht. Wir müssen, so wie ich das hier zeige, das Baby an den Hüften, am Beckengürtel fassen und an dieser Stelle drehen. So lernt das Kind, wie es richtig geht. Also erst mal den Popo drehen und dann folgt die Schulter nach. Wenn Sie das ein paar Mal machen, merken Sie, dass der Widerstand, den das Kind Ihnen entgegenbringt, immer geringer wird. Und relativ bald wird es diese Bewegung verinnerlicht haben und dann tun. Manchmal muss man das Kind ein bisschen nach hinten ziehen, damit die Schulter nach oben kommt. Denn wenn sie unten ist, geht es mit dem Drehen schlecht. Ein bisschen nach hinten ziehen, dann geht der Arm nach oben und dann geht das mit dem Drehen über den nach vorn gestreckten Arm viel leichter. Ja, das war es eigentlich schon. Sie merken sich, dass Sie am Beckengürtel, an den Hüften, Ihr Kind unterstützen und nicht an den Schultern. Viel Erfolg! Beulen oder wie wir sagen, Hämatome oder Blutergüsse. Und zwar im Speziellen, was passiert, wenn Kinder sich stoßen, wenn sie fallen, den Kopf anschlagen und dann an der Stelle, wo sie aufgefallen sind, dann eine Beule entsteht. Wie bringe ich mein Kind dazu, den Stift richtig zu halten? Die meisten Kinder, wenn sie anfangen, einen Stift in die Hand zu nehmen, nehmen den Stift mit der Faust in die Hand oder mit mehreren Fingern. Das ist einfach so. Und wenn sie als Eltern von Anfang an darauf achten, dass es möglichst bald den Stift richtig in die Hand nimmt, dann hat es dann, wenn es in die Schule kommt, schon die perfekte Stifthaltung.